Hallo und herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Ihr seht, wir sind wieder unterwegs in Südtirol. Ja, was haben wir heute vor? Wir sind so circa sieben Kilometer hier mit dem Auto und den E-Bags hinten drauf zum Bahnhof Klausen gefahren. Und jetzt fahren wir mit dem Zug so ungefähr 45 Minuten hoch zum Brenner. Und da strengen wir dann aus und dann fahren wir das Ganze mit dem Fahrrad wieder zurück. Ich denke, das wird eine schöne Tour. Wir werden viele schöne Landschaften sehen, schöne Abfahrten haben. Ja, bleibt einfach dran. Ja, mit 25 Minuten Verspätung sind wir jetzt hier in Brenner angekommen. Und jetzt müssen wir erst mal gucken, wo wir hier rauskommen. Schade. Jetzt haben wir hier einen Aufzug gesucht und keinen gefunden. Nein, nun mussten wir die E-Bags Treppe runter und wieder hochtragen. Na ja, was soll's. Aber nun müssen wir erst mal gucken, wo wir hier langfahren müssen. Es macht ein Gänzstein. Auf der Suche nach den berühmt-berüchtigten Gänzsteinen zwischen Österreich und Italien sind wir erst mal in die falsche Richtung gefahren. Aber nun haben wir gefunden und haben erst mal ein paar schöne Fotos von uns machen lassen. Ja, das Foto am Gänzstein, das muss sein. Wenn man hier schon mal oben am Brenner ist, dann gehört das einfach dazu. Auch nun kann es offiziell losgehen mit unserer Tour. Mal kurz ein paar Eckdaten zu unserer heutigen Tour. Und zwar 71 Kilometer bis runter nach Klausen zum Bahnhof. 1.090 Höhenmeter werden wir da bergab fahren. Wir befinden uns hier nämlich auf 1.350 Meter irgendwas und Klausen liegt auf 520 Meter. Dementsprechend geht es da heute auch schön bergab. Wir werden ein paar Steigungen drin haben, aber nichts Wildes. Schauen wir mal, was uns der Tag kommt zu bringen. Schauen wir mal, was uns der Tag kommt zu bringen. Ich finde diese Brenner Autobahn ja total faszinierend. Sieht es nicht klasse aus, wie die da so neben uns herläuft? Und schon geht es ab in unseren ersten ehemaligen Eisenbahntunnel. Wir fahren die nämlich wieder auf einer alten Eisenbahnstrecke. Das kennt ihr schon aus unseren anderen Videos. Oh mein Gott, wie geil ist denn dieser Ausblick, denn da. Fantastisch. Blium, 2.090 Höhenmeter. Seit er Tony Gaumann ist im 예쁜 Weg. Da tun einem noch die Augen von der ersten optischen Überraschung weh und da kommt schon gleich die nächste, also traumhafte Landschaft hier. Woran kann man gut erkennen, dass wir hier auf ganz einer alten Bahnstrecke sind, genau, an dem alten Bahnhofer hin, an den Signalanlagen und Ampeln, die hier noch so rumstehen, ja, das findet sich hier überall wieder, jetzt hier der alte Tunnel wieder, haben sie echt gut gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt geht's hier ein bisschen rasanter bergab und wie man gehört hat, hat Anja auch Spaß. Das ist aber auch geil, wie steil das hier runter geht und diese schönen engen Kurven, das macht zum Spaß. Jetzt sind wir mittlerweile. schon an der Eisack angekommen und das ist nämlich der Fluss, der hier neben uns ist, der gleichzeitig auch der Namensgeber für diese Region ist und für diesen wunderschönen Fahrradweg, auf dem wir uns befinden. Wir sind nämlich im Eisack-Tal und das ist hier der Eisack-Ratenweg. Vor uns liegt Gossensatz, das heißt, wir haben schon 17 Kilometer absolviert. Seit dem Brenner oben sind wir 300 Höhenmeter schon runtergefahren. Gossensatz liegt nämlich auf einer Höhe von 1070 Metern. Und weiter geht's. Gossensatz. 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 Jetzt verlassen wir Gossensatz und schlängeln uns hier mit dem Eisackradweg durchs Eisacktal, bis wir dann in 5 Kilometern in Sterzing ankommen. Vorhin sind wir auf der Bahnstrecke gefahren, jetzt fahren wir neben der Bahnstrecke, aber ist gar nicht schlimm. Jetzt sind wir hier an einer der wenigen Steigerungen angekommen, ich glaube das müssen so um die 8-9% sein, aber ist nicht schlimm, wir haben ja E-Bikes. Wo es bergauf geht, geht so vieler bergab und man wird mit einem super Ausblick belohnt. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind wir hier rechterhand, da seht ihr es, wieder am Eisack, jetzt fahren wir hier nochmal rechts rum, über den Eisack rüber, dann nochmal links und dann sind wir auch gleich in Sterze hin. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, seit wir Gossensass verlassen haben, haben wir 5 Kilometer zurückgelegt und somit sind wir in Sterzing angekommen. Damit haben wir von unserer gesamten Tour 23 Kilometer hinter uns und seit Gossensass nochmal 120 Höhenmeter verloren und sind jetzt somit auf einer Höhe von 950 Höhenmeter. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, Sterzing haben wir nun auch jetzt verlassen. Da haben wir uns noch eine kleine Pause gegessen und was gegessen. Der nächstgrößere Ort wäre dann jetzt in circa 20 Kilometer Franzisfeste. Aber zwischendurch kommen noch ein paar schöne Dörfer, die wir uns angucken. Jetzt haben wir doch tatsächlich noch das Glück, ein Regelflugzeug beim Start zuzugucken. Der war ja echt ratzfatz oben gewesen. Schön! Jetzt sind wir in Stilfest, so circa sechs Kilometer nach Sterzing. Ein ganz kleines Dorf, aber sehr, sehr schön. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I Wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt. But not as much as this does. We had a good run. Don't say we didn't. I was your first love. And you were my first one. Chains to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber die Landschaften sind hier einfach wunderbar. Und da ist da nicht so gut, dass ich mich nicht so gut fühle. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber die Landschaften sind hier einfach wundervar. Cause we both know it's gonna hurt. But not as much as this does. So baby bye, it's for the best. And you know why, you gotta leave me here tonight. Before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. We gave it all. We had it's time. To say bye baby bye. I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine. So let's call it a night and that's why I wish you the best. To say goodbye. To say goodbye. To say goodbye. You start to get dressed. And then we cry. Cause we both know it's gonna hurt. But not as much as this does. So baby bye. Bye. It's for the best. And you know why. You gotta leave me here right now. Before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. And you get to be, yeah, it's gonna hurt even more than this. Tempo rauf bei den Abfahrten. Wir sind in den Abfahrten. Die Liebe kommt in der Spirit, broken Es ist ein paar Jahre 62mph, 64mph 5mph 5mph 6mph 3mph 5mph 5mph 7mph Super, das ist ein super Tatsap-Spiel. Super, das ist immer frei. Super, super. Wir sind hier links oben. 42 Kilometer haben wir schon, auf 800 Meter sind wir runter von 1300 am Brenner. Ja, und reine Fahrzeit, 3 Stunden 45 Minuten schon. Und wir sind jetzt hier im Wittwald, auch ein sehr, sehr schönes Örtchen hier am Eisack. 15 Minuten und 4 Kilometer später sind wir in Franzis Feste. Somit sind wir seit Brenner ca. 47 Kilometer gefahren, haben schlappe 900 Höhenmeter verloren und sitzen seit ca. 4 Stunden rein, Netto-Fahrzeit im Wattel. 2 Minuten lang, auf 10 Kilometer nach und siten mit dem Kaiser. 2 Minuten lang, anstoppelt das Köln California. 7 Kilometer weiter, bis zum Rektivißen. 45 Kilometer nach oben. 0 Kilometer nach oben. 1 Kilometer in Salsas. Das, was da hinten so unter der Autobahn vorliegt, das ist die Franzis-Feste. Die Festung gucken wir uns heute aber nicht an, dafür haben wir keine Zeit. Die Fahrradwege sind hier echt irre. Da fährst du einfach mal mit deinem Fahrrad unter der Brennerautobahn lang. Das ist grandios. Ich bin ja eh ein Riesenfan von dieser Brennerautobahn. Ich finde das ja ein bauliches Kunstwerk. Ich bin ein paar Minuten hier. Ich bin ein paar Minuten auf dem Mal. Ich habe ein paar Millionen Gesprächen in meinem Kopf über wo es falsch ging. Und ich habe keine Ahnung, wo du bist, wer du bist, nicht mehr. All ich habe ist diese Polaroid picture von uns. Ja, so sind die Italiener, die haben zwei Brixen da kennengelernt, die haben uns einfach angequatscht, hey wo wollt ihr hin, da und da, die wollen nach Klausen wieder zurück. Na, dann haben sie einfach gesagt, kommt mit mit uns, wir zeigen euch den Weg. Na und dann sind wir mitgefahren und haben uns noch schön nett unterhalten. Ja, es war schön, waren sehr nett. Das hätte ja fast geklappt und Anja hätte mich hier über den Hof gefahren. Na, das wäre ja was ich wollen. Musik 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 It's hard. 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 It's hard.